Meine Freunde, Big Team kann Jude Bellingham kaufen, aber erstmal, wenn du ein treuer Fan von Borussia Dortmund bist und keine Infos zu unserem Lieblingsteam verpassen möchtest, empfehle ich dir, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um hier alle Infos aus erster Hand zu erhalten, zurück zum Thema, Jude Bellingham könnte Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Immerhin wird der junge BVB von mehreren Topklubs umworben. Manchester City werden gute Chancen eingeräumt, den englischen Nationalspieler zu umwerben, obwohl Jude Bellingham bis 2025 an Borussia Dortmund gebunden ist, gilt ein Transfer nach Saisonende als das wahrscheinlichste Szenario. Immerhin hat der 19-Jährige einen steilen Aufstieg im Weltfußball hinter sich und stand längst auf den Wunschlisten mehrerer europäischer Topklubs. Seit Monaten wird darüber spekuliert, wohin der zentrale Mittelfeldspieler im Falle eines Wechsels gehen könnte. Wie die Sun berichtet, will Manchester City das Pokerspiel um den BVB-Star unbedingt gewinnen, der englische Meister will offenbar unter Trainer Pep Guardiola punkten. Laut der britischen Zeitung sieht Manchester City Bellingham als ideale Lösung für die Leitstelle, allerdings ist Manchester City nicht der einzige Interessent. Vor allem Real Madrid und der FC Liverpool gelten als starke Kandidaten für einen Kompromiss im kommenden Sommer. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr verpassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin solche Videos für Sie teilen kann, und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team verpassen, und das ist eine Umarmung und ein Abschied. Und das ist eine Umarmung und ein Abschied.